In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurde ein Hilfspaket für die heimische Wirtschaft und Brunner Bürgerinnen und Bürger geschnürt. Wer Hilfe braucht, der wird sie auch bekommen, so der Grundsinnor von Bürgermeister Andreas Lienhardt. In Brunner am Gebirge hat man sich also so wie auch in anderen Gemeinden und Städten dazu entschlossen, für die Bürgerinnen und Bürger, vor allem aber auch für die Wirtschaftstreibenden, ein Förderpaket aufzulegen. Was ist in dem Paket drinnen? Naja, insgesamt hat es ein Volumen von 550.000 Euro, die wir aus Rücklagen, die wir haben, finanzieren können. Es betrifft einerseits eine Direktförderung für Private, aber auch für Wirtschaftstreibende in Höhe von 1.500 Euro. Andererseits wird eine Wirtschaftsförderung in Form einer Gutscheinaktion gestartet. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger können sich Gutscheine im SIP holen. Bei den Firmen einlösen. Die Firmen schicken uns am Ende der Aktion die Gutscheine und erhalten den Wert der Gutscheine rückerstattet. So hoffen wir, dass wir Brunner Betriebe ein bisschen helfen, über die schwierige Zeit zu kommen. Sind Sie in Kontakt mit der heimischen Wirtschaft? Wie geht es den Gewerbetreibenden? Naja, es ist unterschiedlich. Bei den Heurigen, habe ich den Eindruck, läuft das Geschäft recht rasch wieder an. Bei der übrigen Gastronomie, die tut sich, glaube ich, ein bisschen schwerer. Der Einzelhandel, glaube ich, kommt wieder ganz gut ins Laufen. Aber es fehlen ja doch drei Umsatzmonate. Und so wie jetzt, so wie vorher, eins zu eins, ist es jetzt, befürchte ich nicht, genaue Zahlen habe ich aber natürlich nicht. Aber wir merken es an der Kommunalsteuer, die natürlich ein bisschen spärlicher fließt. Und wir haben sehr, sehr viele Stundungsansuchen für die Kommunalsteuer und andere Gebühren, denen wir stattgeben, aber die doch ein Zeichen sind, dass sich die Betriebe schwer tun. Das ist es super. Es ist dem Gemeinde unterstützt immer das kleine Betrieb in dem Näher und es war eine tolle Idee. Das klingt alles sehr positiv und wir merken, dass der Ansturm unter Anführungszeichen auch zu uns kommt und regional gekauft wird. Förderprogramm ist immer gut. Man weiß ja nicht, wie es weitergehen wird, weil es noch sehr viele Arbeitslose geben wird anscheinend, so wie man sich aus der Politik hört. Und ich bin aber guter Dinge. Also ich hoffe, es läuft so weiter. Wann startet die Aktion? Beschlossen wurde es jetzt, aber Anfang Mitte Juli wird es losgehen. Es wird ein eigenes Informationsschreiben noch an jeden Haushalt ergehen. Auf der Homepage wird es natürlich veröffentlicht. Also man muss nicht jetzt gleich, wenn man dieses Interview hört, auf die Gemeinde laufen und sich dort versuchen, Formulare zu krallen. Da gibt es schon noch ein bisschen einen Vorlauf, den wir brauchen. Aber ab Anfang Mitte Juli kann man die Sachen dann in Anspruch nehmen.